Unsere Menschen Als Gleif heut Morgen aufstand, da stimmte was nicht Sie konnte sich's nicht erklären Sie wollte uns reden, hören, doch da war kein Gedicht Die Worte keine Sprache wehren Warum hört sie uns nicht mehr Russell? Russell, warum versteht sie nicht? Ein Menschenart sein Du kannst ein Menschenart sein Mir sieht immer so viel bestimmt was ein Weil wir sie heilen müssen Das kranke Menschheit Hört nicht auf, bevor sie uns hört Bevor sie uns hört, hört nicht auf Klapp ihr auf das Knie und guck ihr mal ins Ohr Konntest du schon das entdecken? Schrei ganz laut als Test, ob sie hört wie zuvor Ich schlag einfach mal auf den Gorn Warum hört sie uns nicht mehr Russell? Russell, warum versteht sie nicht? Ein Menschenart sein Du kannst ein Menschenart sein Miss die Trematur, dir fällt bestimmt was ein Weil wir sie heilen müssen Das kranke Menschheit Warum hört sie uns nicht mehr Russell? Russell, warum versteht sie nicht? Warum hört sie uns nicht mehr Russell? Russell, warum versteht sie nicht?